Risiko. Nicht schon wieder so anfangen, es tut mir leid. Nein, das ist schon eine Woche vergangen. Ach ja, stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir letztes Mal angefangen haben. Habe ich da null zum Schluss gesagt? Ich auch nicht. Ich erinnere mich Waage, aber es ist halt eine Woche her. Unser altes Gedächtnis. Wer nicht Waage, der nicht gewinnt. Kann ja sein, vom Sternzeichen. Ne, du bist äh, warte, Löwe. Richtig. In diesem Sinne herzlich willkommen zu Für Nüsse mit Dirk und Klausemann. Herzlich willkommen, willkommen, willkommen. Halloween war ja gerade. Als was warst du denn verkleidet? Als Hund. Als toter Hund von, ähm, äh, wie heißt es? Ikeas Hotdog-Stand. Nein, dieser ganz bekannte Pet Sematary. Ah, ah. Ist das eine Katze? Ja. Ja, gut. Und du? Ich, äh, ich war verkleidet als, äh, Abgas-Skandal. Hör mir auf. Wie, wie macht man das? Du bist dann als Grüner gegangen. Ne, man lässt sich einfach von der CSU bescheinigen, dass, dass es, dass es einen gar nicht gab. So. Ja, hast wahrscheinlich auch, äh, äh, noch parallel dazu einen Schneeball in der Hand gehabt. Ja. So kam ich ins, äh, Parlament. Das ist, äh, ja. Ja, 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 ja. In diesem Sinne, ne, das ist für Nüsse. Äh, Dirk hat gerade, musste sich gerade mit ansehen, wie ich hier schwitzend leide, leidend schwitze. Also, ich fand's ziemlich interessant. Wir haben hier, was? Ring of Fire, oder wie es? Ring Fit Adventure. Ah, Ring Fit Adventure angeschaut. Ich glaube, da haben wir letzte Woche schon drüber geredet. Genau, genau. Aber jetzt, äh, hat Dirk mal die, äh, die Live-Kostprobe gesehen von einem vollkommen erschöpften Klaus, der das heute schon eine halbe Stunde gespielt hat und heute Morgen zwei Stunden klettern war. Zwei Stunden? Ich dachte, du hast gesagt, man kann gar nicht so lange klettern, weil das... Na, ich war, äh, wir waren zu dritt da. Also, wegen Wartezeit und du schaust. Genau, wenn du es gut verteilst, ja. Auch dann sind die Pausen halt eigentlich viel zu... Im Himmels Willen, zwei Minuten kommen dir vor wie drei Jahre. Ja, also... Ich hab heute eine relativ lange Strecke geschafft. Die hat wahrscheinlich knapp über eine Minute gedauert. Da hab ich mehrere Anläufe gebraucht. Und da war ich schon so ausgepumpt. Ja, krass. Die hat dann auch schön zum Ende hin so einen ganz fiesen Move. Also, ähm, man hängt die ganze Zeit, ähm, waagerecht. Und, um aus der Wagen rechnen in die Senkrechte zu kommen. Du hängst waagerecht? Ja. Also, das heißt, du hängst mit einem Fuße und einer Hand, oder was? Nein, nein, äh, beide Hände, beide Füße irgendwo. Also, beide Hände, beide Füße, aber trotzdem waagerecht? Ja, genau. Also, du bist parallel zum Boden. Ja? Ja. Ähm, naja, normalerweise erreichst du es halt, indem du dich entweder mit dem Fuß rausstützt und die Körperspannung bewahrst. Er macht einen zarte Ballerina mit seinen roten Socken. Oder indem du die Ferse irgendwo einhängst. Okay. Das ist sogar die leichtere Variante. Und die Strecke war halt eher für Ferse gemacht. Äh, und dann in dem Wechsel musst du einmal die Zehen einhängen. An einer relativ schwierigen Stelle. Und ich bin da, ich bin eh nicht gut drin an diesen Toehooks. Äh. Ähm, und deswegen dachte ich, Mensch, ich schaff das aber auch, indem ich einfach loslasse mit dem Unterkörper, mit dem Oberkörper rausschwinge, hab nur noch links einen Griff und nehme damit rechts den Nächsten in dem Moment, in dem ich wieder zurückkomme. Hm. Das Problem ist, wenn man schon relativ lang an der Wand hängt, dann ist das eine relativ, äh, koordinativ anspruchsvolle Aufgabe. Naja, wie gesagt, davon war ich schon völlig ausgepumpt. Und jetzt haben wir gerade ein bisschen Ringfit Adventure gesehen. Mit dem Creepy Ring, der immer sagt, äh, your sweat is so shiny and beautiful. Ja. Dirk hat's absichtlich überhört. Ja, ich hab's, ich hab's nicht wahrgenommen. Je länger man's spielt, desto mehr hört man's raus. Ich fand's eh nur krass, weil, weil so viele Soundeindrücke da passieren, während du dann halt einen Gegner bekämpfst oder einfach nur deine Strecke läufst. Ich glaube, es ist aber tatsächlich auch, wenn man dabei ist, ignoriert man's eher. Ja. Also, wie du halt im Fitnessstudio, wenn du bist und nicht so richtig mitbekommst, was zur Musik läuft. Ja, ich hab dann immer eigene Musik auf den Ohren. Ja. Ja, aber ich mein, auch normal, wenn du's mal nicht hast, das nimmt es eher so, als Hintergrundrauschend war. Und du bist halt ganz froh über das Feedback, also die akustischen Sounds, die du bekommst, aber auch über die Vibrationen, die dir sagt, wie du die Übungen gerade machst, wann du loslassen kannst, wann du Power gibst. Ja, und wie lange hast du's eben gemacht? Fünf Minuten oder so? Ungefähr, ja. Nicht mal wahrscheinlich. Krass. Aber es ist halt, glaube ich, auch einfach dieses auf der Stelle laufen und dabei zum Beispiel mit Kraft die Arme zusammendrücken. Oder ziehen, ja. Oder ziehen. Also diese Kombi ist, glaube ich, halt schon so erschöpfend. Genau, und man muss auch wirklich, um Tempo zu geben oder gegen so ein Laufband anzukommen, wirklich schnell laufen. Ja, ja, das hab ich auch gedacht. Also ich hab ja dich gefragt, was passiert, wenn du jetzt gar nicht läufst, ob das halt der Mut ist, so dass man halt so ein bisschen schlendert. Das bewegt dich gar nicht. Genauso wie diese komischen Squat-Katapulte, wo du dich da halt irgendwie hinknien, hocken musst. Und dann lädt sich das Ding auf und wenn du halt echt richtig, also warst echt im rechten Winkel oder tiefer und erst dann lädt das Ding sich richtig auf. Wo man aber dann auch natürlich sagen könnte, da streiten sie ja auch wie ein Squat gut und nicht unter den rechten Winkel und sowas gehen. Also nicht in den spitzen Winkel gehen und so. Ja, ich mein gut, das ist halt generell in der Trainingsschule ein Streit. Also da kann das Spiel ja nichts dafür. Wie gesagt, haben wir auch besprochen, man kann es ja auch betrügen, das Spiel, aber da betrügt man sich ja eher selbst. Ja, zum Beispiel bei den zwischen den Beinen klemmen, weil im Video oder in den Vormachtdingern, da hat der halt immer nacktes Bein, so hat er eine kurze Hose an und ich glaube, dann sind diese Soft-Grip-Dinger auch besser platziert an der Haut. Ja, genau, wir haben jetzt beide. Genau, an der Stoffhose, dann flutscht das Ding halt weg und dann hältst du es halt einfach mit der Hand fest und ich habe dummerweise, also ich habe gerade im Sitzen ein bisschen was gemacht, irgendwie so ein Squat-Moppet, fängst relativ schnell an, wenn es... So ein Squat-Moppet, du sagst es, als ob das so ein allgemein bekanntes Ding ist. Er ist so ein Squat-Moppet halt, ein Moppet, wo du hochspringst und wie Schenkel zusammendrückst. Genau. Kennt jeder. Und dann habe ich halt am Anfang die Hand nur halt draufgelegt, so zum Fixieren, aber dann habe ich gemerkt, dass ich anfange schön mit der Hand immer zu drücken. Was natürlich auch, weil ich dachte, so schlimm ist das gar nicht. Das habe ich dann zum Schluss gemerkt, ich war voll fixiert von dem Spiel und ich habe die ganze Zeit mit der Hand mitgedrückt. Da dachte ich, ja, das ist jetzt auch nicht der Gedanke. Deswegen mit diesem, ich glaube, manchmal betrügst du unabsichtlich. Ja, na klar, ja, also ich meine, bei solchen Sachen, ja, ich muss mich auch immer daran erinnern, dass ich bei den Yoga-Übungen die Hände nur auflege und nicht mich zu stark in den Ring klammere, um genau das zu machen, was du beim Yoga nicht machen sollst, nämlich den ganzen Körper irgendwie anzuspannen. Ja. Deswegen dann nicht, jedes Mal erinnere ich mich daran, nein, leg die Hände nur locker auf, dass der Ring nicht für dich. Ja, aber ich meine, man sieht halt echt ganz schön und auch wirklich sehr schnell, das ist halt ein echtes Workout mit einem Videospiel drumherum. Ja. Und das ist echt ganz, ganz gut. Ich finde, das könnten sie, also ich hoffe, weil es wäre schade, weil du jetzt ja so quasi so richtige Controller dafür hast oder beziehungsweise Adapter für Controller, dass das halt ausgebaut wird und nicht bei einem Spiel bleibt, sondern dann halt auch. Kann ich mir gut vorstellen. Also je nachdem, wie erfolgreich das wird. Ja. Weil ich meine, gute Kritiken hat das bekommen, ob die Spieler das so annehmen und spielen. Ja. Also ich habe bisher auch immer, wenn ich im Netz geschaut habe, das spielen halt relativ viele schon, habe ich das Gefühl. Und die sind auch alle echt gerne dabei und halt unterschiedlicher Fitnessstufen. Ja. Ich glaube, es muss halt irgendwann, wenn sie das weitermachen wollen, wäre es ganz cool, weil es dann halt spezieller wird, wenn sie sich halt so ein bisschen an einzelne Altersabschnitte so orientieren. Sie sagen von wegen, was finden Kinder cool, was Jugendliche, was Erwachsene, was ist dann halt für ältere Erwachsene oder sowas interessant? Also vom Thema. Weil ich habe halt gemerkt gerade, ich finde das halt so ein bisschen von der Soundkulisse, habe ich gesagt, okay, jetzt könnte ich ein bisschen leiser stellen, aber das fand ich ein bisschen heftig. So, also das andere ist natürlich, so hektisch es ist im Spiel, so hektisch bist du ja auch. Ja. Das ist ja halt dann auch die Absicht, dass du weißt, das ist jetzt Cardio und wenn ich dann halt hier sprinte, dann rennt der halt auch. Du punkst halt einfach. Ja, darum geht es ja auch. Weil ich dachte, oh, ist das viel? Und dachte ich, naja, aber das soll ja auch viel sein, weil du sollst ja auch trainieren und nicht einfach, oh, das ist ja irgendwie aufregend. Ja, genau. Und das, also ich meine natürlich, wie gesagt, das spielt halt damit rein, dass du halt so 30 Minuten schaffst und dann ist Feierabend. Weil dann bist du halt echt einfach durch. Und dieser spielerische Aspekt, der ist halt echt süß drum gebastelt. Ja. Also wie gesagt, halt so Blödsinn wie das Königreich von Sporta, der Bodybuilder-Drache. Ja. Ist halt putzig, lenkt nicht ab von dem, was man eigentlich machen soll. Ja. Ja, stimmt. Weil ich meine, also ich weiß, dass zum Beispiel irgendwie bei, aber ich weiß, was PS3 schon war, als da diese Control-Dinger da anfingen oder diese, es sah ja aus wie so ein Schleckeis, glaube ich, der habe ich ja, glaube ich, auch zu Hause rumfliegen. Ja, da gab es halt auch so Dinge, so wie MMA-Training oder sowas. Du hast ja nur diesen, diesen, diesen Griff. Und dann hast du halt dann irgendwie Schattenboxen gemacht, aber sollst du halt sonst was machen und das, das war halt so ein bisschen Verpuffe. Ja, okay. Ich kann jetzt auch einfach das Ding weglegen und es alleine machen. Also ohne, dass das halt so. Also für die Switch gibt es das auch. Fitness-Boxing heißt das. Ja. Und da hast du halt die beiden ums Handgelenk geschnallt und machst halt die Box-Moves. Ja. Aber weil die halt relativ präzise tatsächlich messen, wo sie sind und welche Positionen sie haben, geht es halt ganz gut. Ich meine, Schattenboxen ist nicht grundlos halt eine Trainingsebene oder Funktion oder sonst was. Wird beim Kraftmarker auch mal gemacht, aber das ist halt, dient ja eher immer so dazu, dass du halt deine Technik ein bisschen versierst. so und die sagst von wegen, oh, was für ein kraftvoller Schlag, weil das, klar, ganz voll ausführen, aber... Also das Fitness-Boxing ist tatsächlich eh auch so ein bisschen wie Taibo. Ja. Also eigentlich könnte man so ein bisschen kombinieren, habe ich gedacht, wenn man dann halt zu Hause irgendwie eine Pratzenwand hätte oder einen Sack oder sowas, dann ist, glaube ich, ganz cool, weil du dann so ein bisschen Unterhaltung hast, aber ich glaube, wenn du... Ich glaube, aber den Einschlag machen die Joy-Cons oder Controller nicht lange mit. Nee, ich dachte, du hast sie am Gelenk oder... Achso, nein, ähm... Ja, nee, das wäre dann wahrscheinlich relativ schnell. Nach zwei, drei Schlägen hat sich das, glaube ich, erledigt dann. Nee, aber so... Ja, also... Schönes Accessoire, wie gesagt, auch der Widerstand. Dirk hat mich ja jetzt live schwitzen sehen, wie ich das Ding zusammenpresse. Ja. 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 Also du... Das ist so gerade dein Training. Das ist gerade Klettern und Ring-Sport. Läufst du auch noch? Selten jetzt, seit letzter Zeit, aber einfach auch, weil ich oft nicht dazu komme, dann irgendwie... Das ist wahrscheinlich auch zeitlich ganz praktisch, weil du sagst, in 30, 40 Minuten bin ich Matsch. Ja, und du bist halt einfach zu Hause vom Fernseher. Ja. Also, wo du halt eh bist... Wo du hingehörst. Ja. Sicher. Nee, aber wenn du halt zu Hause denkst, ja, ich mach... Ugi gucken. Nee, ich habe jetzt mal davor immer mit der Nike-Trainings-App trainiert, was ich halt auch mal wieder machen muss, aber das ist halt genauso mein Ding, wenn ich mal zwischendrin 20, 30 Minuten Zeit habe und denke, jetzt mal kurz an eine Workout-Einheit. Aber die ist doch intensiver, oder? Die Nike-Trainings-App, oder? Würde ich gar nicht sagen. Echt? Also, ich meine, du machst halt da viel mit Gewichten, was halt ein anderes Training ist als so ein Widerstandsring, aber dadurch, dass du den halt in verschiedenen Positionen zusammenpressend auseinanderziehst und halt so Sachen wie dieser Bogenzug, den du gesehen hast, der ist halt besonders fies, weil du mit der einen Hand ziehst und mit der anderen schiebst und dadurch halt selber deinen Widerstand erhöhst. Mhm. Ja. Ja, also, die... Ich gehe jetzt ja, so lange habe ich es nicht, so lange das Spiel ja auch noch nicht draußen, aber bisher finde ich es echt unterhaltsam da, das halt ins wöchentliche Training mit einzubauen. Ja. Und wenn du halt irgendwie denkst, ja, ich komme halt irgendwie nicht raus, ich würde aber ganz gerne ein bisschen trainieren und ich will halt wirklich platt sein, dann ist das echt eine gute Methode. Und ich meine, Klettern geht halt nicht jeden Tag, so viel Haut habe ich nicht auf den Händen. Achso, das hast du jetzt gemerkt. Ich meine, du hast ja zeitweise jeden Tag geklettert. Ja, ich war immer so viermal die Woche, also die absolute Obergrenze und jetzt bin ich so bei dreimal meistens. Merkst du den Unterschied an der Haut? Nein, ja, es geht schon. Also du brauchst halt immer so einen Regeneration, also ich brauche halt einen Regenerationstag dazwischen. Von Gams Huf zum Straßenarbeiter oder was sind jetzt die Unterschiede? Ja, ich möchte gerne so wie so ein Rheno zu rausrücken. Also du kannst die Hornart jetzt nicht mehr grob abklopfen, sondern jetzt musst du sie schon feilen. Hühneraugenpflaster, sage ich nur, Hühneraugenpflaster. Was passiert dann? Na, die sind so mit Salicylsäure versetzt und die lösen die auf, also weichen das auf und dann kannst du es halt abziehen, Schicht für Schicht. Ja, kein schöner Gedanke, aber was muss, das muss. Was muss, das muss. Das macht ja jeder Kletterer. Ja. Der zieht sich irgendwann die Haut ab. Ich glaube tatsächlich, also je weiter du, je weiter du in den Schwierigkeitsgraden fortschreitest, desto weniger sind die Hände eigentlich ein Problem, weil die Griffe immer rutschiger und kleiner und flacher werden. Also du hast halt weniger diese Griffe, die wirklich, weil wenn du halt die ganze Zeit um eine Klimmzugstange fasst, dann hast du ja auch das Problem, dass du halt die Hornhaut auch deswegen entwickelst, weil du sie alt einklemmst, die Haut an den Fingern. Wenn du über einen Griff hast, wo du die Hand nur so auflegst, wie einem guten Freund auf dem Rücken, dann hast du halt das Problem nicht. Weil du da mehr pressen musst wahrscheinlich. Ja, genau. Oder den Körper richtig positionieren. Und je schwieriger es wird, desto eher kommt halt sowas und desto seltener werden die Griffe, wo du tatsächlich wirklich richtig zugreifen kannst. Richtig. Ja, gut. Was hast du heute gegessen? Ha, ich stelle jetzt immer noch auf dem Trip, dass er von Leuten hören möchte, was sie ein Leckeres gegessen haben. Kann ich dir erzählen. Zwei Brötchen. Was für Brötchen? Mit Belag. Zwei Kürbiskernbrötchen. Kürbiskern. Kürbiskern. Und dann heute zum Mittag, hatte ich zwei Aufbackbrötchen. Wie, Frühstück war Kürbiskern, Mittag war Aufbackbrötchen? Richtig. Und was für Aufbackbrötchen? Weißte Dinge, oder? Mehrkorn. 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 Und was war auf Kürbiskern drauf? Käse, Quark, Erdnussbutter. Als ein Brötchen? Nein. Das verteilt auf dem einen Käse, auf dem anderen Quark, auf dem anderen Erdnussbutter. Ungesüßte Erdnussbutter? Ja. Könnte man auch drauf klatschen. Also als Kombination, habe ich gedacht. Bin hier nicht so ein Fan von Erdnussbutter zu mischen. Oh, ich habe schon wieder Saft im Munde. Denn ich werde gedacht, das muss ja sehr verzweifelt sein, wenn mein Essen dich antirnt. Ich wollte gerade sagen, dass, also bis auf letzte Woche, als du die, die, was hast du dir in den Mund gesteckt? Schwänze? Ich dachte, Klaus erzählt von seinem Nebenjob. Flufferboy. Münzen? Nein. Hier diese Wurzel. Ingwer? Ingwer, genau. Das würde ich nicht machen. Aber hier so ein Brötchen mit Quark und Käse. Ich habe letztens echt, das war so runtergebrochen, dass ich so gedacht habe, so ein dusseliges, schönes, weiches, weißes Brötchen. Ja. Bisschen Butter drauf und nur so eine blöde Industrie-Scheibe-Gauder. Da habe ich gedacht, oh, wie geil. So ein Industrie-Block-Gauder. Wenn schon, denn schon. Oh. Ich esse ja auch, ehrlich gesagt, nicht mehr so viel Fleisch. Aber als ich letzte Woche in Nürnberg am Hauptbahnhof war, da siehst du echt noch kulturelle Unterschiede zum Berliner Hauptbahnhof. Alter Finne, in jeder zweiten Bude hast du dann nicht mal ein Würstchen oder so, sondern es ist dann halt einfach dieser ganze Block-Leberkäse oder sowas. Oder einfach mal so eine Haxen. So, denkst du dir, was? Das ist halt, das ist ja, das ist ja zwei dicke Fäuste, ist ja eine halbe Haxe oder so. Und das ist dann als Snack auf eine Pappe oder wie ist das? Ich gehe schnell zu Gleis 8, ich nehme hier noch so eine halbe Haxe mit. Das ist, ich weiß nicht, wo du das reindrückst. Aber das ist. Aber als Bayer hast du so einen Wurstmagen. Ja. Ja. Aber da stand ich echt und dachte, Alter, normal ist das gar nicht. Und da habe ich wirklich, aber das ist hier, das Gierige auf Fett und alles. Der Körper sagt, ey, geil. Ein bisschen wie im Kater auch. Ja. Wo du auch denkst, oh, jetzt so fett. Ich finde auch, gerade im Kater irgendwie, wenn du nachher so ein Burger oder irgendwas, wenn es nur so industrielles Pressfleisch ist. Ja. Das finde ich hilft schon, einfach weil es so fettig ist. Einfach super gegen den Kater. Sich so schön drei Karatze ins Gesicht drücken. Ah. Mann. Ja, soll ich mal ablenken? Ja, los, kommen Sie zur Frage, junger Mann. Jetzt schon. Ja, haben wir mal schön heiß. Ja, war 16 Minuten drin. Ach, echt schon? Ja. Was? Ja, ich mache es kurz und knackig. Klaus und Dirk machen sich nackig. Fass. Dein Telefon leuchtet gerade. Ach. Scheiße. Habe ich das weggedrückt? Das ist gerade ein bisschen wie so ein Rentner, der zum ersten Mal sein Handy leuchtend sieht. Nein, weil ich darf diesen Anruf nicht wegdrücken. Scheiße. Da habe ich doch ein bisschen nicht weggedrückt. Hast du ihn weggedrückt? Aber ich habe doch, nee, mein Handy ist einfach nur langsam. Aha. Ist gut. Das ist so krass, mein Handy ist gerade so, ich habe letztens so viele Fotos und alles gelöscht und dachte so von wegen, ja, aber das ist ja, dass doch nur der interne Speicher war, aber gibt es da irgendwie so ein, dass ich den Arbeitsspeicher halt irgendwie mal löschen kann? Na, ist normalerweise so durch einen Neustart. Ja, aber da passiert bei mir nichts. Das ist nur da langsam. Aber hast du ganz viele Apps gleichzeitig offen? Jetzt gerade? Ja. Manchmal ja. Aber alleine hier das aktivieren mit meinem Daumen, das hat dir jetzt ja gerade bestimmt vier Sekunden gedauert. Also das belastet normalerweise den Arbeitsspeicher. Es ist nur eins, weg mal, eins, zwei, drei, vier, fünf. Das sollte eigentlich gehen. Ja. Aber das ist echt kein Unterschied. Und jetzt, allein das ist jetzt, Alter. Ja. Hast du das Betriebssystem mal abgedatet? Ja, eigentlich macht es das automatisch. Du guckst gerade mit dem Blick, als Schröder Kanzler war. Das macht es doch automatisch, oder nicht? Muss ich jetzt hier danach suchen? Wo mache ich denn das? Ich mag vor allem mit der Ansage, jetzt ganz kurz und knackig und jetzt reden wir drei Minuten. Wo soll ich das denn machen? Sicherheit oder was? Nee. Ja, weiß ich doch nicht, wie das bei Android geht. System. So. System aktualisiert. Schreibt an für nüsse at gmail.com. Jetzt ein Abdeck zu suchen. Es wird auch Abdeck zu suchen. Ei, ei, ei. System ist auf dem neuesten Stand. Siehst du? Von wegen. Von wegen. Ja, dann gibt es halt kein Heilmittel gegen deinen ... Ich habe letztens schon gedacht, dass da ein Virus drauf ist. Ah. Dann habe ich mir Kaspersky, oder wie das heißt, runtergeladen. Obwohl ich ja hier ... Klassische Nachbehandlung nach der Infektion. Aber erkennt es das nicht? Müsstest du es nicht erkennen, wenn ein Virus drauf ist? Ja, kommt auf dem Virus an. Aber ich meine, passiert da irgendwas? Aber ich habe ja eh, das Blackberry-System hat ja ein eigenes Check, bla, bla, bla. Und gibt ja an, das sicherste Android-System zu sein. Beziehungsweise Android ist ja das eigene System, aber das sicherste Android-basierende Smartphone. Scheiße, ey. Warum ist das so langsam? Ja. Ja, gut. Kommen wir zur Frage, ne? Ja, bitte. Kurz und knackig. Klaus und Dirk heiraten. Wie sieht die Hochzeit aus? Einander. Ja. Können wir doch machen. Ja, sicher. Muss ja nicht aus Liebe sein. Kann ja auch nur steuerliche Vorteile bringen. Wie sieht die Hochzeit aus? Meine Güte. Heiraten wir im Sommer? Ist die Frage. Herbst finde ich ja ganz schön. Findest du romantischer, Schatz? Ja. Schon. Ja, dann, wenn du das will. Alles, was du willst, Schatz. Ja, dann wird das eine schnelle Folge. Was ist denn unser Budget? Naja, was wollen wir hier? Ja, also du, du hättest jetzt gedacht, komm, lass es, ich glaube, Festus hatte 10.000, lass es 10 Scheine sein. Hätte ich jetzt auch ad hoc gesagt. So eine ganz, dann heißt es ja immer, eine ganz normale Hochzeit. Ja. Musst du haben, musst du haben. So, er guckt erst mal auf Weddingplanner.de. Ja, Weddingplanner auf VHS sollte auf jeden Fall die ganze Zeit im Hintergrund laufen. Ähm, so, ähm, also, Oh! Entschuldigung, aber Christian hat mir gerade ein Foto von, äh, vom Brutzelbrot geschickt. Willens Willen. Groß wie Unterarm. Das ist halt einfach nur so ein, so ein Hasenbrot mit Käse und Schinken. Ein Hasenbrot? Ja, Hasenbrot heißen, oder heißen jedenfalls bei uns die Brote, die, sagen wir mal, in die Schule oder zur Arbeit mitgegeben wurden und nicht gegessen wieder zurückkommen. Aha. Damit die dann aber abends gegessen werden, kloppt man ein bisschen Butter in die Pfanne und schmeißt sie in die Pfanne und plötzlich sind sie geil. Hasenbrot. Ja, und dann machst du aus einem Hasenbrot ein Brutzelbrot. Oder Brutzelbrot, wie ist man die auch nennen. Dann verleitet es nicht Schüler dazu, einfach nur sich den ganzen Tag durchzuhungern, um dann abends aus ihrem Hasenbrot ein Brutzelbrot zu kaufen. Wenn sie unbedingt halt ihr altes Brot später heiß noch mal essen wollen und vielleicht nicht Spaghetti Bolognese, die Mama und Papa gekocht haben. Wahrscheinlich zusammen, genau. Wahrscheinlich beides, ja. Ja, dann gibt es Brutzelbrot mit Spaghetti Bolognese. Das erinnert mich so ein bisschen damals an unsere Zeit, als wir immer gerne hier in der Dachpizza. Was haben wir gemacht? Gnocchi Verdura. Ja, aber wir haben auch manchmal auch irgendwie Pizza und Nudeln gegessen. Ach so, das mal, ja. Ich nehme das, was er nimmt. Ich nehme aber viel. Ja, ich nehme das, was du nimmst. Ja, ich nehme die Pizza Mister und Spaghetti Bolognese. Ja, nehme ich auch. Jungs, das sind vier Gerichte. Ja. Ja, haben wir auch gesucht. Start vorweg. Das war ein scheiß Eisberg. Aber das war dann auch mal eine Pizza für 2,50 im Restaurant. Ja, aber gut, die neue Dachpizza gibt es ja auch nicht mehr. Echt nicht? Nee, die hat es zugemacht schon vor einiger Zeit. Aber hä, das Prinzip war doch, das war doch immer voll. Ich glaube, es war einfach nicht kostendeckend genug. Wahrscheinlich haben sie die Mietekasse angezogen. Ja, okay. Und die haben ja bestimmt immer am unteren Ende der Rentabilität gearbeitet. Ja. Die haben ja irgendwann mal angezogen und haben ja, glaube ich, die Pizza dann im Restaurant 3,50 kosten lassen oder so. Ja, ich glaube, das war dann zu heikel, weil so gut ist die Pizza halt echt nicht. Ja, aber 3,50. Ja, aber auch 3,50 gut ist sie halt leider nicht. Das ist das Problem. Also bei der, aber wir haben ja auch angefangen damals noch, weiß ich, bei der alten Dachpizza uns zu ernähren und hinten auf diesen Klapptisch zu sitzen bei den Klos. Jungs voll, ja, ja, super. Und dann halt, aber ich meine, das fühlte sich auch total geil an, weil du das Gefühl hattest, du gehst in ein Restaurant als armer Student und hast vollen Bauch. Für 2,50 eine krasse Pizza, die auch irgendwann war die gar nicht mehr so schlecht. Ja. Wenn du Hacke warst. Ja. Nachts um 3, die alte gibt's noch. Also ich glaube, damit haben wir auch gleich das Catering, Dachpizza und Dachdöner. Ich wollte gerade sagen, gibt's einen Dachdöner noch? Ja. Machen die immer noch geröstete Gemüse auf dem? Ja. Also die machen jetzt unser Catering, das sparen wir schon mal ein bisschen. Wie sparen? Jens? Was? Jens sparen. Okay, ich mach nicht Stand-up bei unserer eigenen Hochzeit, Schatz. Ich seh schon. Das wär ganz gut als Rede. Äh. Und wenn's heißt von wegen, möge jetzt sprechen oder für immer schweigen, drehen wir's beide um. Wehe, wehe. Und alle sind schon. Hu, ernstig? Die Einladung zur Hochzeit bekommen hat, dachte ich so, ah, ob ich da Zeit hab und hab nicht gemerkt, das ist meine eigene. Du machst auch keine Kombin hier in unserer Hochzeit. Ah, fein. Ja, gut. Aber Catering von den alten, alten Granten unserer Schauspielschulzeit. Ja, ich meine, aber die Frage ist ja auch, wie groß feiern wir denn? Feiern wir denn in Deutschland? Also hier in Berlin? Oder suchen wir uns eine exotische Location in Schottland oder so? Wenn der, wenn der. An der Ostsee. Da ist halt schon viel Geld weg bei, ne? Ja, da ist die Frage. Es gibt ja immer diese lustigen Hochzeiten. Wir laden euch ein, wenn ihr Bock habt, Zimmer sind gestellt, ihr müsst aber nach Südfrankreich kommen. Müsst aber selber hinkommen. Wo du sagst, coole Idee, ich komm aber nicht. So. Machen wir so was, dass wir sagen, wir feiern irgendwo und alle können kommen, aber wir zahlen keine An- und Abreise. Ich würde ja sagen, ganz klassisch sollten wir den Hort unserer Liebe als Location nutzen. Die Lampe. Ich hab schon drüber nachgedacht und dachte, das willst du doch nicht machen. Nee, eigentlich nicht. Du willst doch nicht im Loch feiern. Zumal ist das eine Raucherkneipe. Also auch wenn du sagst. Ja, wenn wir die mieten, ja nicht. Ja, Urs ist der, Urs ist der Chef. Meinst du, der nimmt die Kippe aus dem Mund? Wenn er eingeladen werden will, schon. Sonst kommt er nicht zum Empfangen. Ich könnte mir aber vorstellen, bei Urs kriege ich Rabatt. Also kriegen wir Rabatt. Offene Bar für, was haben wir, 2000. Da kannst du aber in der Lampe mit Kondition dich schon tot machen. Also die Frage ist ja auch, wie viele Leute da sind. Wenn wir sagen, wir feiern zu Zehnt, dann sind 2000 echt schon, dann stellt halt fünf Flaschen Korn hin und dann war es das. Und er denkt, gut, der Einkauf feiert 7,50 Euro, die sind voll tot. Aktuell steuern, offiziell. Ich glaube, auf 50 Gäste kommen wir schon. Ja? Ja. Dann hat jeder 40 Euro als Budget. Also zusammen 50. Ich wüsste jetzt nicht so viele die da alle sehen wollen. Okay. Also ich würde, ich tippe, bei dir kommen so viele Leute, die ich alle gar nicht kenne. Irgendwelche Schulfreunde, irgendwelche Leute, mit denen du jetzt mal gedreht hast und dich ärgerst das. Ja, die wollen ja auch das große Ereignis sehen, mitbekommen. Laden wir unsere aktuellen Freundinnen ein. Weiß nicht, ob die da nicht schmollen, die ganze Zeit und die Stimmung versauen. Wir kitten das wieder, indem wir sagen, ihr seid die Brautjungfern. So. Ja, naja. Ich meine, also die Frage ist, was ist jetzt schlimmer, so wie sie die ganze Zeit auf der Hochzeit schmollen? Ja. Oder so wie sie dann die ganze Zeit danach schmollen, wenn sie nicht eingeladen werden? So. Hm. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die das so schlimm finden würden, wenn wir heiraten. Ja, deswegen, ja, wahrscheinlich schon. Sollten wir sie einladen. Können sie ja fast fragen. Ja. Ja. Also wenn eine Einladung ist, dann wäre es vollkommen okay. Ja, schon. Und dann wirklich halt als Brautjungfer, Schrägstrich, Trauzeugin. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir in einer Lampe feiern, das Catering aus der Seemann-Dachstadt, dann müssen wir auch hier heiraten. Ja. Dann wird sie auf Altstrahlo. Ja. Ganz romantisch. Unter der Weide da, am Ende der Halbinsel. Und jetzt ist ja auch gerade Herbst und du wolltest ja im Herbst, dann brauchen wir aber gar keine Zeit verlieren. Ja. Ja. Hochzeitsfotos macht Jan Schildhauer, der unsere schnellen Tatfotos gemacht hat. Mal sehen, ob wir, und die machen wir dann auch, dann nehmen wir dann halt so die, die nehmen wir halt alle und bringen sie auf dein Dach. Ja. Das war ja auf deinem Dach. Kommst du da auch irgendwie hoch? Ist das zu? Ist das ausgefohlen? Irgendwie geht es da schon immer hoch. Klingelt es einfach. Mit einer Leiter. Ich stehe mich schön an und sage, wir sind Schornsteinfeger. Müssten wir das kontrollieren. Ach, alle? Alle. Alle. Sehr gut. Und die sind alle angebraten. Es gibt, es gibt Schnaps vor der Trauung. Wir hoffen auf Applaus, aber vielleicht hören wir doch böse Beruf die ganze Zeit. Aber ich trinke vorher keinen Schnaps, somit lasse ich die Hose noch an. Ich freue mich auch. Es gibt ja auch mal Hochzeiten, dann so Dia-Shows mit gemeinsamen Fotos, was da bei uns so zusammenkommt. Von Feuerzangenbowle, Herrentag, anderen regelmäßigen Besäufnissen. Ja. Also wenn ich überlege, Timo, glaube ich, hat die meiste Sammlung von bösen Fotos. Und wenn der da den Beamer anschmeißen würde. Ja, wenn Randy die Videos spielt, dann haben wir Probleme. Und auch ein paar Voicemails abspielt. Ich glaube, danach würden sich dann Leute verabschieden. Oder währenddessen. Währenddessen, ja. Oh Gott. Eventuell ganz viele. Naja, aber wir haben immer noch gutes Essen und gutes Trinken. Also nicht gut, aber wir haben es. Ja, reichlich. Also okay. Du bist ja, wir sind ja beide, ah, wir sind ja beide noch in der Kirche. Mhm. Das heißt, wir können kirchlich heiraten auf Alstralow. Ja. Geil. Frage. Bitte. Kostüm, was tragen wir? Gehen wir vorher zu Humana. Und lass uns da mal ordentlich einkleiden. Die haben ganz viele Hochzeitsklamotten da. Ja? Ja, ja, total. Ich habe sonst immer nur Busfahrerhemden gesehen. Diese eklig beige ausgegilbten, kurzärmeligen Hemden, davon kriegst du über tonnenweise. Also als ich, ich habe im letzten Jahr. Geheiratet? Ich habe im letzten Jahr nicht über diesen Kurzfilm gedreht, wo ich mit Judith, ich habe sogar auf meine Handcreme. Nee, ich habe gerade gedacht, das wäre eine Dose Erdnissarbeit, aber es ist Heavy Metal. Ich sehe schon. Meine Tasse? Ja. Ah. Ich habe, ich fantasie schon. Und für den Kurzfilm war das Kostüm Brautkleid und Smoking. Ah, wo du hier den, den Floss Dance. Ja, ich wollte gerade Swag Dance sagen. Ja. Ich kombiniere alles. Swag brauche ich dafür. Oh Gott, jetzt derbt er. Genau. Und das hatten wir alles von Humana. Und das war keine schlechte Qualität. Man muss ja Glück haben, dass man seine Größe da erwischt. Ja. Aber, ja. Aber wieso? Ist doch ganz cool, wenn, also gerade hier total in, wenn wir halt irgendwie so hochwassermäßig halt bis Mitte Schienbein und dann unten halt irgendwelche Sneaker, Chucks tragen zum Beispiel. Ja. So. Ist ja schon fast zu stylisch. Tragen wir Partnerlook? Ja, würde ich schon sagen. Also die Frage ist halt, willst du im Schottenrock und Smoking-Oberteil heiraten? Ja, okay. Aber es gibt ja, es gibt dann ja auch, es gibt ja auch, ähm, richtige Kiltjacken für die Hochzeit und so. Die sind dann halt echt, äh, Oberteil geschluss, so, weil das andere sieht dann halt ein bisschen Banane aus, beziehungsweise so, und dann hinten geht's dann vielleicht ein bisschen. Aber eigentlich. Das wäre halt eine neckische Option. Ja. Das wäre eine neckische Option, ja. Jetzt bei den Temperatoren, obwohl, nee, geht ja mit den richtigen Socken, das geht ja. Ja, ja. Ja, okay. Ähm, ja, dann machen wir das so. Wie reißt das jetzt so richtig runter? Ja, ja. Ja, und du hast jetzt einfach nur einen Anzug an, oder was? Ja, nicht. Einfach schwarz, oder wie? Schon. Ich benutze auf jede Ausrede, irgendwann mal einen schwarzen Anzug. Hast du hier so ein Blümchen drin hängen? Ja, ja. Sagst du mir, was deine Lieblingsblume ist? Eine Chili-Pflanze. So. Habe ich im Revers als Revers-Blume. Ja, und was ist deine? Eine Avocado. So, dann habe ich hier so eine Avocado drin. Eine ganz vorgereifte Avocado. Ich drücke die mir hier so in Revers. So. Beziehungsweise, dass das Blumenringkind, oder was auch immer uns den Ring bringt, ist so eine halbe, so, ist eine halbe, halboffene, dafür gehen nur die 7000, die man ruhig haben will. Nur für den Sprit, den er mit dem Lambo braucht. Aber wie gut wäre das? Aber wir brauchen auch den, er vor dem weißen, hat er einen weißen Lamm, oder was war es, ein gelber? Ich dachte, so ein Neon-Grün eigentlich. Egal, aber vor den Lambo werden die Hochzeitsfotos gemacht. Ja. Mit Tim Wiese im Hintergrund, wie er so ein bisschen flext und auf uns zeigt. Er zeigt flexend auf uns, weil er auf seinem Lambo-Dach steht. Geil. Ja, aber dann passt es ja noch viel besser. Tim Wiese kommt im Lambo an, im grünen Lambo an, und hat dann eine halboffene Avocado und da drin stecken die Ringe. Oder ein Herschniebrüll, was er aufklappt. Oder ein Shake. Und jeder von uns muss den halt austrinken und dann kommt man erst zu den Ringen. Finde ich gut. Ich meine, wenn man sich fragt, es hat, wir können es kirchlich machen, wir können auch eine freie Trauung durchführen und dann können die Tim Wiese und Murademia einsprechen. Das wäre sogar günstiger. Ja. Obwohl, weiß ich nicht. Die sind ja jetzt eh schon da. Die sind die teuersten. Die sind die teuersten. Okay, Murad kippt wahrscheinlich für einen Hunni. Ja. Aber Timmy, ich glaube, der hat halt Kohle. Also mit sieben kippt den nicht oder vielleicht nicht so gelockt. Ich weiß nicht, ob der noch so viel hat, aber ... Aber meinst du, seine Frau hat alles gesagt, hier Timmy, ein Auto kriegst du, aber der Rest kriegt in Immobilie oder was? Alter, wirkt jetzt nicht so, als ob der halt so abgesichert ist, dass er ... Ja gut, wenn du ihn so anschaust, nicht. Na, ich meine, der feilscht halt um seine Hemden. Hä? Das war doch in einer Brain-and-Gain-Folge, wo er die Leute mit seinen Klamotten runterfeilscht im Laden. Ah, stimmt. Und meinte, er hat sich eine Zeit lang nur vom Bison ernährt, aber dann wurde es zu teuer. Ja, und der hat auch irgendwie gesagt, was war das? Hürtenkäse und ... Ja, genau, Hürtenkäse und Thunfisch. Ja. Besser geht's nicht. Und dann meinte er noch so, ja, 1,29 für den Tag. Ich weiß nicht. Also ich meine, auch wenn es halt Spartipps sind und er vielleicht einfach so sparsam lebt, es klingt schon alles so, trotz ob es nicht so ganz ... Ja, aber er verzichtet nicht auf die Sonne. Ja, das geht auch nicht aus Berufsgründen. Und fluppen. Auf das geht nicht, aus Nervengründen. Raucht ja schon seitdem er vier ist. Rauchen beruhigt. Ja. Ja, okay. Große Tasche. Irgendwas ganz Mieses passiert im Hintergrund und ich weiß nicht was. Ein riesiger, riesiger Koffer wurde weggeschleppt. Und vorher ein Stuhl. Das habe ich mir beinahe gedacht. Also, okay, sagen wir mal, aber haben wir noch Budget? Wir haben noch Budget, ein bisschen. 2.000 haben wir noch. 2.000 die Lampe. Mhm. Kirche kostet das was? Ja, ne? Ich weiß nicht. Deswegen ist ja, wir sind ja, haben wir eine freie Trauung draußen mit Murat und Timmy. 1.000 das Essen, oder? Ja. Locker. Ja. Locker. Wahrscheinlich brauchst du nur 500. 5.000 für Timmy und Murat. Und die Fotos vorm Lambo. Aber wir brauchen... Man heiratet nur einmal im Leben. Ah, okay. Das heißt, wir haben jetzt noch... Wie viel hast du gesagt? 2.000. Echt? Ich hätte 3 jetzt gerechnet. Aber die Kirche kostet bestimmt was. Okay. Das heißt, ähm... Ja. Ah, hier. Wir sagen vorher aber auch hier mit Buffet. Und jeder Gast bringt irgendwas mit. Kartoffelsalat, Thunfischsalat, da kann ich nichts stellen. Keine Geschenke bringt was zu essen mit. Wie so eine Studentengeburtstagsparty. Ja, ich meine, die anderen müssen immer ein Hunni mitbringen. Und wenn du einen Kartoffelsalat für insgesamt, keine Ahnung, 4,75 mitbringst, geht. Dann brauchen wir auf jeden Fall Inge, der Thunfischjaucher mitbringt. Inge? Aber Thunfischjaucher haben wir doch immer gemacht. Ja, aber Inge war auch immer dabei. Ja. Und hat sich aufgeregt darüber, wie wir das gemacht haben. Oh, und der König bringt Schnitzel. Ja. Ich fasse Fleisch nicht mehr an, aber ich bringe Schnitzel. Geil. Beziehungsweise, wie geil wäre das, wenn du sagst, das, was ihr an Geld normalerweise uns schenken würdet, also grob immer so ein Pärchen bringt ein Hunni mit oder so, wenn du sagst, das investiert ihr an Essen, was ihr mitbringt. Ach Quatsch, ey, dann brauchen wir gar nicht, dann können wir das Essen schon wieder bei Dachpizza sparen. Okay, aber wie wäre es mit, an jedem Tisch gibt es so einen George Foreman Kontaktgrill, dass die Leute live an ihren Tischen grillen können. Also das heißt, jeder bringt Fleisch mit. Ja. Beziehungsweise Grillgut. Ja. Dann wird wahrscheinlich 80 Prozent Fleisch dabei sein und dann halt ein paar Grillkäse oder sowas. Ja, die Veganer sitzen am Kindertisch. Ja, das wird ja kein Käse sein, oder was grillt man denn? Ja, aber die haben dann ihr Beyond Meat. Ja. Und da würde ich ja wahrscheinlich auch sitzen. Das klingt ja ganz gut. Also wenn du diesen Beyond Meat Paddy mal auch noch grillen würdest, dann wäre das ja nur eine Spur krasser, glaube ich. Das wäre, glaube ich ... Kann man ja mal austesten dann. Vielleicht hole ich mir einfach mal einen George Foreman. Ah, meinst du, man könnte? Frage. Mhm. Ach nee, jetzt bin ich, mix gerade zu viel im Kopf. Scheiße. Ich mache mal eins nach den anderen. Kriege ich einen Paddy im George Foreman Grill gegrillt? Bestimmt. Ja. Aber kriege ich einen Paddy im Sandwich Maker erhitzt, dass ich den mit Käse und sowas schon in so ein Sandwich rein ... Muss der nicht geschlossen sein, um eingeschaltet zu sein? Ja. Ich glaube, du kriegst den nicht so platt und dann noch deliziös. Ich glaube, das ist das Problem. Aber ich könnte den erst mal im George Foreman Grill angrillen, dann in zwei Hälften brechen, dann auf den Toast legen, Käse drauf. Was kommt noch rein? Ein bisschen Maid. Na, egal. Aber das müssen wir nicht machen. Also wie ist das jetzt? Sollen die Essen mitbringen? Und wir gehen gar nicht in die Dachpizza, aber Dachpizza ist ja irgendwie schon ganz geil. Ich dachte, die Dachpizza kommt zu uns und der Dachdöner. Ach so. Dass die halt live vor Ort Catering machen. Also das heißt, die bauen Dönerspieß auf. Und einen Pizzaofen. Einen Pizzaofen. Oh, dann müssen wir wahrscheinlich doch einen Tausend hinlegen. Aber das meine ich ja. Tausend, ja. Wahrscheinlich machen wir echt nur tausend, als dann schon alleine 500, dass die die ganze Quidnot aufbauen und alles. Ja. Ja gut, dann wäre es aber schon eine geile Sache. Also dann riechst du auch Urs nicht, der dann heimlich raucht auf dem Klo. Ja. Oder einfach vor dir rauchst. Urs, rauchst du? Nee. Ich will rauchst. Tricola. Ja. Ja. Okay. Waren wir jetzt auf der, du wolltest einen Freien, ach du wolltest, dass Wiese und Murat, aber wir sind trotzdem auf der Halbinsel, ne? Ja. Auf der, oder lass auch auf der Liebesinsel, ach nee, kommen wir nicht rüber, und kommt die Polizei uns ab. Oder wir können die Polizei fragen, weil sie uns schon so gut kennen, könnt ihr uns mit dem Eisvogel auf die Liebesinsel fahren, hallo, war das nicht lustig, als ihr uns mal festgenommen habt. Ja, die können auch Teile der DIA-Show stellen, die Bilder, wo sie uns festgenommen haben. Ja, und die sind auch eingeladen. Ja. Dann kriege ich wenigstens 25 voll. Ja, finde ich gut. Ja. Okay. Wer macht denn die Musik? Gibt's noch immer Anfang 20. Das war mein letztes Konzert. Nein, ich weiß nicht, aber ich weiß, dass ich damals da war, Klaus schüttelt so ein bisschen den Kopf. Weil du das irgendwie damals gedreht hast, oder ich hab keine Ahnung. Ja. Ja. Ne, ich glaube, die kriegt man nicht mehr zusammen. Was ist denn mit Ben? Ja, Ben kriegt man schon ran, aber der ist ja jetzt Papa. Ja, und das heißt, der kann nicht mehr Musik machen, oder das? Zeitlich eingeschränkte, aber doch Ben vielleicht und spielt live die Overtüre aus Brüderlich. So. Ja. Wenn wir nach vorne gehen. Habe ich übrigens heute, gerade heute wurde mir ein Foto auf Facebook angezeigt, mit ein Foto aus Brüderlich, vor elf Jahren. Ja. Elf Jahre. Ja, elf Jahre ist ja. Krass. Und damals hatte ich deine Frisur und du hattest Jesusfrisur. So geht das durch in dem ewigen Rhythmus. Sucht man gerade das Bild. Während wir ja weiter. Ja, aber wenn Ben tatsächlich so ein bisschen klassische Musik spielt und das Cello. Und im Herbst können wir vielleicht, wenn es nicht schneit oder regnet, können wir draußen die Zeremonie machen. Einfach auf der Wiese ein paar Klappstühle hin. Wir packen ganz viele Decken hin. Und ja, krass. Ne? Das ist elf Jahre her. Kalt war es damals. Schön war es auch. Ja, ja, genau, würde ich halt auch sagen. Einfach auf der Wiese alles. Ja. Mit Wiese. Besser geht es gar nicht. Ja gut, ich sage mal, die beiden hier sind ein bisschen Podolskis. Fakt. Grüß dich Jungs. Seid ihr jetzt schwul oder was? So würde wahrscheinlich sein eine erste Frage. Ja, nein, nein ist in Ordnung, ist mir auch egal, aber ihr habt doch gezahlt. Witz. Ja. Ich glaube, ich glaube, man müsste ihn so ein bisschen anleiten. Warte, wer willst du? Ja, du auch? Ja, dann küsst ihn auch oder was. Ich weiß nicht. Ja, dann mach jetzt beide gemeinsam. Jeder hängt einen Arm in die Klimmzugstange, den anderen Arm dem anderen auf die Schulter und dann macht ihr einen Pull-Up. Dann könnte es eng werden, glaube ich. ich glaube, ich glaube, selbst im besten Zustand ein Arm hätte ich die andere Hand auf den anderen gestützt. Da fällt mir ein, wie heißt er denn? Varoufakis, Michael Varoufakis, der Typ von Morlock Motors, dieser D-Mark-Serie Steel Buddies, irgendwo im Westerwald, tausend Blabber, US-Karren, Schrottblabber. Und seine Tochter fand mit sieben Jahren so geil, da hat er mal, weil der die ganzen Humvys, also Hammer und sowas aufbaut, hat er halt mal, weil er keine Teile hat und der hintere Teil eines Hammers war mit dem Panzer überrollt und der vordere Teil eines anderen Hammers war ausgebrannt. Dann hat er die zersägt und hat die aneinander geschweißt. Und dann war der aber 80 oder 70 Zentimeter kürzer als so ein normaler Hammer. Und dann meinte er, er war total geil, weil er halt noch wendiger war so. Und den fand seine Tochter total geil, er hat den verkauft. Den gibt es halt nur einmal auf der Welt quasi. Und jetzt hat er halt seiner Tochter halt einen gebaut und die ist 13 und die kriegt den und er meinte halt von wegen, die darf den haben, wenn sie zehn einarmige Männerliegestütze hinkriegt. Und die ist 13 und er sagt, die schafft jetzt schon drei. Das ist ein guter, gutes Rollenvorbild, das man seiner Tochter setzen sollte. Ja. Naja, gut. Ja, wie kam ich denn jetzt darauf? Über unsere einarmigen Pull-Ups, die wir machen müssen, um die Tausend zu machen. Also ich glaube, was wir schaffen würden, wäre eine Hand auf die Schulter und das andere und wir machen einhändige Liegestütze. Ja, ich glaube, das würden wir locker hinkriegen. Das ist ja eher ein Show-Ding für die Zuschauer. Ja, okay. Ja, okay. Ich im Schottenrock, du in deinem Humana-Hemd-Dings da. Ben spielt den Brüderlich-Soundtrack. Uh, danach alle 50 wie so ein Marsch zur Lampe wird die ganze Zeit reißgespült, was die sich dann halt einfallen lassen. Und Wiese vorne im Flügeltür offenen Lamborghini und rollt im Standgas des ersten Gangs halt den ganzen Weg runter. hinten ist der Kofferraum auf und Murat verteilt Getränke aus dem Kofferraum. Ja, finde ich gut. Und dann vorne die Anlage voll aufgedreht. Ja. So ein bisschen so New-Kids-Style. Abriss Dorf-Elektronik. Naja, Altstrahlo ist ja auch ein Dorf. Ja, eben. So. Ist schon eigentlich schon ziemlich alles. Ja. Was ist denn noch die Party danach? Weil das ist ja in der Lampe dann, da wo der Empfang ist. Ja, also was auf jeden Fall wichtig ist, ist so die Hochzeitstorte. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Stimmt, die Torte. Da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Also das ist so, wird das gekauft, wird das aus, wir haben ja noch Geld, Wir haben noch 2.000, ne? 1.000 haben wir noch, glaube ich. So mit allem. Ja. Ja, ich meine, also da so ein richtig schön, also was ich nicht will, ist dieser eklige, dieses, ähm. Fondant. Fondant, genau. Diese Scheiße will ich nicht. Das ist auch richtig reudig. Das ist echt nur, damit der Kuchen gut aussieht. Ja, ich habe letztens, damit die Torte gut aussieht. Da war ich hier, Tag des Schauspielers in Leipzig und da warten die Buffet und alle haben was mitgebracht und jemand hat tatsächlich so eine Art Hochzeitstorte gebraucht. Das ist total trendy, gerade mit Fondant zu arbeiten, weil ganz viele YouTube-Kanäle das machen, weil es halt spektakulär aussieht. Du kannst halt alles mögliche, du kannst das einfärben, wie du willst und alles mögliche damit basteln. Auf Kindergeburtstagen halt auch mega beliebt, aber es ist halt reudig. Und dann hast du halt so einen Kuchen, so eine Höhe von 30 Zentimeter und den haben wir halt aufgeschnitten und da war drinnen halt nur, also es waren drei Schichten so ein dober Schokoladenkuchen und in der Mitte halt so eine Schokoladenglitsche. Okay, was hältst du denn davon, wenn wir so einen Kuchen im Stil von Epic Mealtime haben? Uh! Ja, für alle, die sich noch nicht erinnern, bevor der Herzkasper erfunden wurde bei Epic Mealtime YouTube-Kanal. Die Lasagne fand ich super. So was. So eine riesen, achtstöckige Lasagne. Was waren das? So ein Cheeseburger und Zwiebelringe und irgendwas anderes. Und immer mit Käse und Hackfleisch überbattet. Genau, Käse, Hackfleisch und dann hatten die doch, sind die zu Burking oder sowas gefahren oder McDonalds und haben original sich die Bratensauce, äh Quatsch, die Burgersauce in so Liter Pappbechern gießen lassen. Den haben sie einfach nur raufgedrückt, die Schlonze. Und zum Schluss oben dann, ich glaube, die haben, glaube ich, sogar noch Karazza oder sowas reingelegt. Ja, so eine Karazza kann ja dann oben die Deko drauf sein auf der Torte. Oh! Ich überlege gerade. Ja, ich will gerade was anderes ein. Mir auch. Weil es ist ja dann, du bist ja, wenn du doch draußen bist, wird es ja dann doch ein bisschen kühler. Ja. Was hältst du denn für unsere Gäste als Getränk für eine schöne Feuerzangenbowle? Das Geile ist, ich habe Ähnliches gedacht, aber ich habe gedacht, weil du bist ja noch am Thema, aber ich habe gedacht, wie wäre es, wenn wir so ein Epic Mealtime-Meal ansatzweise nachkochen würden für das nächste Feuerzangenbowle-Ding. Ah. Ja. Wenn wir so eine Lasagne hätten. Ja, wenn wir das echt im März machen, dann können wir das überlegen. Aber da ist echt die Frage, ob wir dann nicht eventuell sterben. Also Herzverfettung oder Leberverfettung oder Leberzirrhose. Die Frage stellt sich bei jeder Feuerzangenbowle, ob wir nicht eventuell sterben. Also wenn ich sage, wenn wir so Burger und Kratzer und Käse oder so. Würde, ich bin dafür. Also wenn nicht, dann sollte jemand in die Streitgruppe mal ein lautes Nee reinschreiben. Ansonsten passiert es. Dann gilt es als beschlossen. Ja, wir machen eine Umfrage in der Streitgruppe. Das läuft immer super. Ja. Was kostet ein Cheeseburger? 1,10? Ja, wenn wir das so günstig kaufen. Höchste Qualität. Ja. Oder wolltest du mit den Epic Mealtime-Burgern das machen? Aber dann beißt ich das wieder mit Kratzer. Die kriegst du ja auch nicht. Ja, du meinst gerade die Beyond Beef. Beyond. Nee, nein. Einfach normale Burger. Ja. Aber schon so wie die Epic-Leute, dass die sagen, wir haben die gekauft. Ja, schon. Ich meine, so viele Burger, wenn du das zu Hause machst, drehst du ja durch. Ja. Wie wir da für eine große Hochzeitshaut brauchen. Er hat gesagt, und dazu eine schöne Feuerzangenbowle. Dass wir uns alle richtig vollbrechen. Aber das schon an der Hochzeits-Dings? Weil in der Lampe ist... Ja, in der Lampe, beim Empfang. Ach, beim Empfang. Ja. Also jeder kriegt... Wir gehen alle in die Lampe und da entzünden wir dann einen riesigen Kelch-Feuerzangenbowle. Ah ja. So eine Wanne, eine alte Badewanne voll. Der Ost hat doch bestimmt irgendwo eine alte Badewanne rumliegen. Oder du nimmst halt einfach einen 50-Liter-Fass und fleckst das auf. Ja. Längs. Ja. Und das kippst du und dann hast du 25 Liter Feuerzangenbowle. Zweimal 25 Liter. Stimmt. Ich muss den nicht wegschmeißen. Der Dück schmeißt die obere Hälfte einfach auf den Müll. Warum? Wenn wir bloß mehr hätten. Aber dann kann ich doch das Fass geschlossen lassen. Was ist los? Was ist das? Weiß ich nicht. Hörst du das auch? Ja. Okay. Ich glaube... Warte mal, ich unterbreche mal ganz kurz. So, was auch immer wir hatten, haben wir gefixt. Nice. Wir haben es aus und wieder eingeschaltet. Wir waren gerade bei 50 Liter Feuerzangenbowle im... Ich glaube, wir müssen es aufmachen, weil wir sonst den Zucker nicht rein karamellisieren lassen können. Ja, ja. Aber ich habe gedacht, wir könnten ja auch einfach oben den Deckel einfach aufflexen, dass du halt so ein offenes Fass hast und nicht, wie ich dachte, ganz romantisch so eine Wanne. Weil ich an deine Wanne gedacht habe. Da legt sich auch nur jemand rein in die Wanne. Ja. Seien wir doch mal ehrlich. Naja, da ist halt auch die Gefahr, wenn du halt nicht einen Grad entfernst, dass der eine oder andere, weil er nachher was trinken will, sich schön die Achseln einschneidet. So, au! Und was hältst du mit eine Aktivität für alle bei der Feuerzangenbowle? Wir stellen ein paar Wii U's auf, wo wir Golf haben. Das... Ich weiß nicht, ob das bei jedem ankommt. Du hast gesagt 50 Gäste und nicht vier und zwar die üblichen. Na gut, na gut, na gut. Man könnte es ja wechselweise machen. Man könnte ja irgendwo Sport aufbauen. Quatsch, hier dieses Flex den Dings-Hering da. Bei Ringfit sterben die Leute nach Feuerzangenbowle. Irgendwas Lustiges. Stell dir vor, du würdest das machen und hättest schon einen Glas Feuerzangenbowle intus. Nee. Also beides würde gerade nicht gehen. Ja, genau. Okay, das ist der Empfang. Also das heißt, wir haben die Trauung durch. Hauen wir irgendwie so ein Gelöbnis raus oder was wird dann immer gesagt? Ja, ja, die... Ich glaube, es ist ein feierliches Gelöbnis. Ja. Ja, so Sprüche halt. Christian macht im Hintergrund irgendwie so ein paar Knallerschmeißen so. Hey! Ja. Ja, das können wir für Feuerwerk raushauen, was wir noch haben. Er macht das arschkünstig. Ja. Und dann ist auch noch Wiese da, ey. Aber ich glaube, der kommt nur... Wenn du auf ein Ende spaß, bekommst du Tim Wiese. Der kommt nur, wenn du in der Lampe auch eine Shisha aufbaust. Ja, können wir ja machen. Wie wäre es mit so einer? Auch, aber er darf seine Shisha... Da beißt aber Urs in die Ausgegeben. Quot liket Jovis, non liket Bovis. Wer zahlt, darf auch den Wirt streicheln. Was Jupiter darf, darf ein Rind nicht. Naja, das sagst du Urs immer selber. Okay. Aber ist die Katze im Sack? Würde ich sagen. Ist noch irgendwas? Nö, eigentlich nicht. Haben wir einen besonderen Mitternachtssnack? Es gibt immer auch, es gibt auch Bowle. Äh, Quatsch, es gibt auch Soße. Ja, stimmt. Suppe. Currywurst kommt dann gerne mal. Ja, genau. Oder Currywurst im eigenen Darm. Oder so. Ja, warum nicht Currywurst? Du meinst halt auch irgendwie ein bisschen Traditionelles da mit reinbringen. Ja, was fällt dir? Fällt dir was Besseres ein? Ich bin offen. Also normalerweise bestellen wir ja auch Feuerzeichenbowle gerne noch eine Pizza am späteren Abend. So. Echt? Ja. Haben wir schon mehrfach gemacht. Stimmt, ich hab irgendwie so ein Bild im Kopf, wie du auf dem Boden vom Boden isst. Kann ich mir nicht dran erinnern. Stimmt. Geil. Ja. Ähm, okay. Dann bin ich mal gespannt, wollen wir halt alles ausklammern und vorher sagen, ey, keine blöden Spiele und irgendwas? Oder sagen wir, ey, mach was ihr wollt. Wenn wir auf dem Weg zur Lampe kurze von Wiese kriegen und vor der Lampe schon halt irgendwie Feuerzeichenbowle und in der Lampe noch irgendwas, dann ist es eigentlich eh egal, was mit uns passiert. Da ist zappenduster. Dann werden wir wahrscheinlich den Reis versuchen zu essen, der uns gegen geschmissen wird. In der Lampe, also normalerweise legt ja auch ein DJ auf der Hochzeit auf, brauchen wir auf jeden Fall DJ Mischa. Ich wollte sagen, Mischa und vielleicht Danny noch dazu. Danny, ja. Weil der ist vogelfrei. Finde ich gut. Und dann vielleicht als Special Guest Ronny und der Pocher. Eigentlich müssen die ganzen Lampen DJs watch the sound. Ja, ich meine, die sind ja eh eingeladen. Music Deliverers. Ja. Was ist The Good, The Bad and The Ugly? Ja, stimmt. Die waren auch mal ins Geil. Wer war denn noch so da? DJ Kitty? Stimmt. Ich glaube, hier, Philipp hat auch mal aufgelegt. Ja. Das musst du ja auch machen. Ja, finde ich gut. Das ist eigentlich alles gut geplant. Vielleicht sollten wir doch Hochzeits planen. Und auf den Leinwänden läuft Wedding Planner. Ja. Wedding Planner oder Surfvideos von den besten australischen Küsten. Ich wollte gerade sagen, Spongebob eventuell noch, aber nee, die Surfvideos sind schon. Die Klassiker. Und es gibt dann halt an dem Abend gibt es dann, was hast du immer? Black Velvet oder sowas? Deine Shots? Oh, Desert Storm. Desert Storm. Den konntest du trinken. Ja. Sebeer konnten wir nicht trinken, den konnte man nur zeigen. Ja. Oh, das ist geil. Wir stellen immer und für die Doven gucken, was passiert. Wir stellen immer zwei Shots hin. Desert Storm und Sebeer und sagen, einen anschauen, einen trinken. Und dazu halt so Sachen, wer sich jetzt hart fühlt, der trinkt eine richtig miese Scheiße, von der man kotzt. Das gibt es aber draußen. Nach der Feuerzangenbowle. Genau. Das gibt es direkt. Ja. Das gibt es auch als Erweiterung des Shots. Mit Eimer. Genau. Da wird dann halt noch so ein kleiner, kleiner Schluck heiße Feuerzangenbowle mit reingegossen. Das ist dann nochmal so eine Irgendwann hast du mir jetzt Ach ja, das war ja das das verrückte Huhn gibt es auch. Ja. Ja, klar. Ja. Sehr gut. Vielleicht machen wir auch ein bisschen Karaoke, um so einen alten Spirit noch reinzubringen. Ja, ja. Vom, wie heißt der, Yogi Maki Kushi. Monster Ronsons. Ja, aber das hat da auch noch so ein... Ichiban. Ja. Ja, gut, ne? Ich würde sagen, wir sind auch 55 Minuten drin. Ich kann langsam auch nicht mehr reden. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ja, mir ging schon mal besser. Ja, dann sagen wir nochmal. Wir entlassen euch heute fünf Minuten früher in die Pause. Ja. Aber ich will keinen von euch im Gangrennen sehen. Aber wenn du Fahrraddienst hast, dann musst du für fünf Minuten früher raus. Ja. Oder Klassenbuchdienst. Ich habe früher die ganzen Dienste gemacht. Du auch? Ne. Ich hatte immer rechnerisch keine 45 Minuten, sondern 35 Minuten Unterricht. Beziehungsweise 30, ich bin immer ein bisschen später rein und früher raus. 25, 30. Wer kann unseren VHS-Wagen, den Medienwagen holen aus dem Medienraum? Dirk, bitte, los. Denkt dran, das ist ein Privileg, keine Pflicht. So. Sie sehen auch heute wieder sehr gut aus, Frau Glenewinkel. Dankeschön. Sie lügen wie gedruckt, Herr Dirk. Sie lügen wie gedruckt. Kühn holen bei dem. Ja. Nein, ich saß da nur. Boah, neue Kreide. Malte Barsch, neue Kreide. Ähm, ja, okay. Also, das Ding, also wenn ich mir vorstelle. Haben wir noch was? Haben wir noch was für die? Also mir gefällt das Bild gerade, ne? In der Lampe wird gefeiert, getanzt, da ist ein Dönerspieß aufgebaut, ein Pizzaofen brennt, ähm, vorne ist ein Feuer, vor dem Laden Feuerzeilenbowle, äh, auf den Beamern läuft was. Also eigentlich finde ich das gerade richtig geil, muss ich sagen. Ja, klingt nach einem guten Abend. Dafür würde ich dich auch heiraten. Absolut. Und Timmy ist noch da und raucht draußen seine Schichter munter vor sich hin. Und er erzählt uns, dass er noch nie sowas Gutes getrunken hat. Ja. Einen alten Schwank aus Bremer Zeiten. Ja. Das finde ich... Ey, und, äh, und, ähm, Urs muss für den Abend Hake organisieren. Uh ja. Tommy ist auch eingeladen. Oh. Freunde. Übrigens da, ich reibe mir gerade mit der rechten Hand über die linke Brust. Und Dirk versucht, seine Augen aus dem Kopf platzen zu lassen, was ihm nur so mäßig gelingt. Ah, sehr gut. Und es gibt, äh, es gibt den, äh, den Mexikaner aus... Ja, nee, oder was haben sie noch gemacht? Diesen, diesen Mövengruß, Mövenschiss? Ach, Mövenschiss und, äh, Kettenfett. Ja. Die, die gibt's auch noch, die Dinger. Ich freu mich so ein bisschen auf unsere Hochzeit. Ja. Finde ich ganz schön. Ja, in diesem Sinne, ich streu schon mal ein bisschen Reis aus. Ja, da musst du aufpassen wegen den Vögel. Darf nicht jeder. Kriegt mir in die Po-Ritze. Ähm, ja. Tauben explodieren davon. Naja, gut, ne? Für Dirk und Klaus mit fürnüsse.de. Nee, wie war das? Fürnüsse.gmail.com. So. Fürnüsse mit Dirk und Klaus. Auf YouTube? Oder Podcast-Apps aus Spotify. Wie sieht's mit Spotify aus? Ja, ich weiß nicht, was mit den Mails passiert. Ach, kann man da nicht nochmal schreiben? Ja, ich hab's schon, ich versuch's mehrfach, aber ich klicke immer auf Bestätigung halten. Du musst es halt per Link bestätigen, dass du das, den RSS-Feed da einreichst. Aber Zelda ist noch nicht so weit. Die aus der Große Gatsby. Bündelsupport.com oder aber, ja, weiß ich auch nicht. Also ich finde, irgendwer sollte von euch das übernehmen und genau so heiraten. Oder vielleicht machen wir es doch. Sonst machen wir es. Ja. Finde ich ganz gut. Ich meine, Herbst, wie viel haben wir noch? Bis zum 21., nee, bis zum... 21. Dezember. Ja, gut. Bis dahin kann geheiratet werden. Anderter Monate. Nicht genug, um Hochzeit zu organisieren, aber das ist für uns kein Problem, sondern eine dornige Chance. Dornige Chance. Nice.